So Leute, willkommen zu einer Runde Minecraft One in the Chamber, wieder eine Runde Minecraft Minigames auf dem Soul, The Hive, und hier zerbersten wir alles nach dem Intro. So, und hier sind wir, es geht los. Hä? Ist der Fall gerade durch die durchgeflogen? Nichts da. Uh, lasiert habe ich stehen. Wie sieht man von hinten? Komm, da oben. Hä? Wo ist da hin? Oh, ich glaube, der ist rausgeflogen. Badass, man. Egal, Yolo. Oh, okay. Ähm. So, und jetzt schon mal. Kann man nicht viel reden, außer dass ich sie jetzt... ...haut. Oh, knapp, knapp, knapp. Wie heißt das denn? ...spielen, und morgen bitte eine Folge, oder heute, wer weiß, kommt dann noch... Oh, ich weiß nicht. Ich sag mal lieber kein Datum. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.